hallo und herzlich willkommen zurück hier in minecraft was werden wir denn heute tun wie ihr feststellen könnt werden wir heute uns mit mechanism beschäftigen wir brauchen dafür nämlich nur ein ost million bahn und wir können uns unsere erste maschine bauen die wir dafür brauchen so ein bisschen musik und dann geht es auch schon los also wir fangen an mit metallurgierischen infusions maschinen damit kann man ganz viele komponenten herstellen die wir für weitere maschinen brauchen zum beispiel wenn wir danach eine purifikationskammer bauen mit der man dann nicht die er zwar doppelt sondern verdreifern kann aber erstmal brauchen wir dieses hier das heißt wir brauchen ein osmium bahn 2 öfen 2 redstone und 4 eisen nehmen wir erstmal hier hin und werden erstmal das osmium verdoppeln das verdoppelte osmium vielleicht zu benutzen wir brauchen redstone zwei stück eisen brauchen wir vier stück noch 2 öfen brauchen wir das heißt wir brauchen steine und dann brauchen wir noch unsere osmium bahn wir brauchen noch unsere osmium bahn jetzt brauchen wir unseren ozmium bahn So, dann haben wir auch schon unsere metodologische Infusionsmaschine, wir hätten ja auch gerne ein bisschen Strom, eine elektrische Truhe, nein, boah, ein bisschen Strom, sehr gerne ein bisschen Strom. Chemische Waschanlage, was es hier alles gibt. Mal wieder hier, Tete, Tete, vielleicht einen Strom gesehen, oder das, hier sind so kleine Solar-Panel, wurde geschrieben, also Solar-Generator, da braucht man aber auch so was, Hitze-Generator, Hitze-Generator können wir bauen, bauen wir doch mal einen Hitze-Generator nochmal. Oh ja, ein Ausland, zwei Kupfer und Ofen, die werden wir nämlich ins neue Haus stellen. Was war das noch? Beim Hitze-Generator, drei Eisen, Kupfer, Kupfer, drei Eisen, Kupfer, drei Eisen, Kupfer, drei Eisen, Kupfer und Eisen, also das war hier, das war da, das Kupfer war hier und das Eisen war drüben. Jetzt brauchen wir noch irgendwie Stromleitung, Gastank, soll hier auch Stromleitung geben? Ne, wir sollen Elektro-Kabel, ne. Hier haben wir hier, Stahlbauer, das heißt wir brauchen echt Stahl, Stahlstaub, Stahlohr, Stahlohr ist auch ein Neu-Mechanismus drin, ne, das ist Drehkraft. Was mehr, Stahl, Stahl, Stahlohr, 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 Stahl, Stahlohr, Stahlohr, Das Drehkraft ist auch nur mit Eisenstaub, aha, beedelte Eisenbahn, also man kann aus kohle und Eisenstaub gehen wir ja hin, müssen wir noch mal gucken, es ist schon wieder nicht einfach, Mühlenstein, aha, Mühlenstein, machen wir noch veredeltes Eisenbahn, bei einem Induktionsschmelzer, haben wir hier noch veredeltes, drinnen irgendwo, natürlich Eisen und Kohle, versuchen wir das mal, Kohle kann man aber nicht reinpacken, aber ja, Kohlenstaub, ja, komm her, 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 veredeltes Eisen raus, oh, Visierer, Mühlenstein ist das natürlich nicht, Mühlenstein hätten wir ja hier, in Nordmühlenstein, obwohl wir gucken mal, warum müssen wir uns Mühlenstein bauen, gibt es aber so gar nicht, ne, gibt es so nicht, probieren wir es hier, veredeltes Eisen rein, ja, und wir bekommen Stahl raus, okay, Stahlstaub raus, und wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen, Stahlbarn, na gut dann, machen wir jetzt verfolgt, tun wir jetzt erstmal hier Kohle rein, tun wir jetzt Stahl rein, tun wir jetzt Stahl rein, Egal, wie geht es so, komm her, komm her, wir haben ja nur Stahl raus, normalerweise, ja, Stahlbarn, Mann, hier Eisenbarn rein, dauert natürlich jetzt ein bisschen, Einsteigbar mehr ist auch schön. Untertitelung. BR 2018 So, jetzt haben wir das, gehen wir hier hin, benutzen Stahl, Redstone, Universal Badekirche, Hochschule. Na, kommen wir nochmal mit. Stahl behalten wir mal. So, jetzt haben wir diese Sachen, jetzt gehen wir mal zurück in unser neues Haus. Oder wir gehen da erstmal hin, wir waren ja noch gar nicht da. Und es ist dunkel, das ist blöd. Gehen wir nochmal zurück. Wir wollen ja ein bisschen was sehen auch. Neues Haus. Und hier ist noch gar nicht, kein Fenster dran. Was machst du denn, du komische Spinne? So. Mal hier hin. So. Mal hier mal die Leitung hin. Mal hier mal die Leitung hin. Mal hier, necce. Mal hier. Dafür brauchen wir Redstone und Eisenbahn. Jetzt kommen wir von Redstone rein. Und Eisenbahn rein. Und sehen das ist gar keine Rehren. Jetzt fragen wir uns natürlich warum. Jetzt muss doch gehen. Bambam. Wollen wir mal gucken. Wie man das jetzt macht. Tja. Aha. Gut, dann muss ich das noch mal anders machen. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal das hier gebaut. Also so funktioniert das schon mal. Das heißt nächstes mal werde ich mich dann. Mit dem Fioriunskammer beschäftigen. Oh, wir brauchen mehr Osmium. Wahrscheinlich muss er ein bisschen Osmium farm. Und ich sage erstmal soweit. Falls euch das Video gefallen hat. Lass doch einen Daumen um da. Wenn nicht, dann nicht. Und tschüss. Entschüss. Bis zum nächsten Mal.